Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zu der Taverne. Ich hab's verbockt. Taverne? Ich hab's verbockt? Ich dachte, du bist eine Ballertbude. Nee, ich hab's verbockt mit dem Hochleveln. Aber egal. Ja, das wäre jetzt eine Ballertbude geworden, wenn du deine Waffe hättest aufleveln können. Boah, das ist so zum Kotzen. Ich brauche irgendeine weiße Billigwaffe, die ich aber nicht mal habe, weil ich alles eingeschmolzen habe. Idiot. Ja, ich bin übrigens auch dabei. Also, das wollte ich nur noch mal anmerken, ne? Also, musst du nicht mit alleine auf die Jagd gehen, sondern ich beschütze, beschütze, wie auch immer, dich mit Schild und Schwert. Lass mich, ich bin traurig. Oh. Mein Gott, da kriegst du einen. Ich krieg nicht das, was ich will. Ja, genau. Verwöhnter Bengel. Achso, und apropos, wir starten jetzt das andere DLC. Ja. Hatten wir beim letzten Mal das letzte DLC fertig? Ja. Okay, das heißt, das ist jetzt nur noch dieser eine dann. Nee, wir haben noch zwei DLCs mit jeweils zwei Maps. Achso. Ja, drei mit. Ja, doch, zwei mit. Also, insgesamt vier. Wir suchen einen Kurier. Na dann. Hier geht schon mal nicht dran. Ja, hier rechts geht es drüber. Ich meine, warum soll man auch eine Tür verwenden, wenn man einfach über den Stein hopsen kann, ne? So ist es. Oh, oh ja, okay. Die Racken machen es ja etwas anders. Ich muss sagen, das ist ja eine sehr angenehme, ähm, andere Gebietsart. So viel freundlicher als dieses düstere. Ja, aber wenn man bedenkt, dass wir jetzt die letzten Folgen uns permanent in irgendwelchen Katakomben und Ruinen und sonst wo rumgeschlagen haben, ist das doch mal entspannend. Also, wenn ich farmen müsste, dann würde ich wahrscheinlich so ein Gebiet aussuchen. Achso, doch. Und wir waren doch in der Eisfläche. Das war doch auch mal ganz nett. Ach nee, Eis ist irgendwie immer so... Eis wird immer ganz zypri. Nee, da liegt eine Seite. Was, 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 was? Hier, wo ich stehe. Achtung. Achtung. Wir müssen echt immer drüber hüpfen, aber okay. Das ist ja immer Call of Duty hier. Über die... ...Welben da. Oh, was hab ich denn dahinter ne? Bist du auch sicher, dass wir hier richtig sind? Oh, links, da kommt eine große Welle. Bist du dir sicher, ob wir hier richtig sind? Ja klar, ich habe die Map auch schon so häufig gespielt, ich kenne die nur auswendig. Ja, ich verlasse mich aber drauf, dass wir richtig sind. Sagen wir es mal so, wo wir raten sind, ist auch der richtige Weg. Oh, da war es ja noch ein Shooter, harabe. Warte, hier, 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 hier. Huch. Wie, ich brauch nur noch einen Schlaf für die... Ach nee, ich dachte nicht. Das haben wir schon gefreut. Doch, da ist doch ein General, ich hab's doch gewusst. Wo denn? Oh, da ist doch ein Boot. Solange ich Muni hab, machen wir im Generale... Ne, im Generale... Mein Gott ey... Lens nie. Da ist auch noch einer. Da hat's nix macht's. Da ist noch einer. Ja, da ist er noch, ja. Ey, was ist denn hier los? Was denn? Ach Gott, ne Gatling. Wie, hab Glück getroffen? Doch, tot. Das ist echt wie im Schützengraben hier, ey. Ein General. Wer hätte es gedacht? Sagaraqui won't be far. Ey! Kommt dir jetzt aber nachher. Ja, von ihm. Mach mal. Ja, der Nachteil ist bei so beiden Ebenen, ähm, die Angriffsfläche ist höher. Ja, ich muss mich jetzt direkt auch fast machen gleich. Ja. Gut noch. Ach, Mann. Mein Gott, ey. Ich treffe aber auch nichts gerade. Eine Bombe. Das ist schön. So, rechts geht euch so drauf, ja. Hm. Finde den Kurier. Sollten wir vielleicht mal nach ihm rufen? Kurier. Wo bist du? Na komm, gib Futter. Muni. Muni kunde. Muni. Ich höre da eine Stimme. Könnte es da oben sein? Da ist so ein... Was weiß ich. Also nicht ein Leuchtturm, sondern so... So eine Hütte auf dem... Ja, wir können ja mal hin. Ohja, unsere Radiesse habe ich nämlich auch. Eine Huckradte. Ach Gott. Wieder daneben. Eine Killer Ratte. Oh, der Windscherratte. Oh, da war was bewegen. Ja, die Killer Ratte kommen auch von rechts, oder? Oh, der Windscherratte. Ey, echt jetzt? Wenn ich mich heilen will? Hab sie doch. Killer Ratte. Ah, okay. Die hat's die Elfchen da weg gemacht. Na ja, hier sieht's auf jeden Fall richtig aus. Ist da noch ein zweites Healpacknehmer? Ne, war leider nur eins. Ich hab mich schnell gehalten, hab das nochmal geklaut. Maybe a drink will get my humors back. They haven't gone far. Na, einmal schöne Aussicht gelesen. Ich hab geguckt, ob da vielleicht noch was liegt. Ah. Ah, ein General. Oh, muss doch vielleicht wieder einer. Ah, einer nicht. Ach, Muni. Sehr schön. Oh, ja. Wenn ich hier schon wieder sehe, dass hier eine Muni-Kiste liegt, dann kommt gleich wieder. Überlebe die Horde. Oh, da ist hier die Horde. Ich darf das gar nicht sagen, ne? Ich hab das Spiel nie gespielt. Ich hab das Spiel nie gespielt. Oh, da kommt ne große Rad. Ich bin schon ein bisschen runtergekickt worden. Ist das die berühmte Moos-Ratte? Oh, die Cesquatch-Ratte. So, haha. Oder Bigfoot. Ja, noch hart. Ich freu mich heute nicht. Ach, komm, ihr Kleiner. Das muss rein, ist so ein Charakter. Wie ist die hier? Oh, dann der ist ein Gassi? Ja. Eigentlich wollte ich um die Ratte rumcanceln, aber... Ja. Oh, oh. Aber die Elfe macht das doch ganz gut. Ich mach mal die Cancels. Die fliegt. Au. Und tot. Oh. War ja gut. Oh, so ne da. Geschwindigkeit. Nimm mal mit. Ja, dann heil ich mich mal. Tut das. So, die quicken den Kampf. Na dann. Das Ratte. Oh, Killer Ratte. Ah, Killer Ratte hat mich. Tja, passt. Ich hab Killer Ratte. Dieses Drecksviech, ne? Ich wollte gleich mal zuschlagen. Ja, ich hab teilweise keine Chance. Ach, da müssen wir lang. Scheinbar. Nach unten. Der ist aber windig. Ah, Gasratte. Nix da. Hat sich ausgegast. Entgasifiziert. Was macht denn unsere Elfe da schon wieder? Die, die nach der Einzelaktion. Ah ja, scheinbar. Haben wir hier auch rauf gekommen scheinbar. Ich geh mal wieder was zum Heilen. Jetzt will ich knacken. Ja. Ach, ich hab jetzt sogar noch was. Wo hab ich das denn her? Ja, da hättest du die KI gegeben. Ah. Jetzt richte ich doch mal was. Da können wir nochmal beide auffilmen, glaub ich. Ja, ich bin auch aufgereiht. Oh, jetzt hat die KI das genommen. Na gut. Guten Abend. Au. Seite. Seite. Ja. Achso, hier geht's nochmal hoch. Hä? Hier geht's nochmal hoch. Ach da? Ja. Ich such dir die ganze Idee in das Fenster raus. Ich hab die ganz zufällig gesehen. Ach, da schon. Ich glaub ich hab den Kurier. Fehlen der Spieler? Was auch? Ich spronge. Ich spronge. Ich spronge. Ich spronge. Du darfst nicht mit uns spielen. Das war jetzt geil. Krabbel die gerade hoch und stellt sich neben uns hin. So nach dem Modus. Hey, ich bin auch ein Teammitglied. Haha. Ich möchte wieder ins Sieger-Team. Ach ja, jetzt kommen die alle wieder ins Fenster, ja. Oh. 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 Da ist's. Das ist's. Der Zwerg da steht auf mit seiner Spezialität und schießt einfach mal dagegen rum. Na, wir helfen uns mit nem uralten Trick. Wenn die Sicht nicht ganz so weit gehen soll, dann ist es zufällig neblig. Ja. Kann man davon machen. Oh, Munizion, wenn du Munizion brauchst, ne, ich bin voll, ich muss ja sagen, ich finde das Spiel ja dennoch eigentlich ganz hübsch, ja, ich hab versehentlich die Killer-Rate gekillt, Oh, kannst du dann einfach die Überraschung da vorweg nehmen? Ähm, müssen wir... Ah, okay, du gehst einfach hier runter, dann geh ich da mit. Ja, die kann ich hier, oder? Achso. Warum liegt hier so unfassbar viel Muni rum? Gehst du mal runter? Nö, warte mal, ich glaube, wir können hier doch, können wir nicht einfach... Ah! Da ist ne Leiter. Seh ich grad. Ja. Alle da. Wo kommen denn da jetzt auf einmal das Gewitter her? Ne, brauche ich nicht. Brauchst du nicht? Ne. Ey, ich steck. Ich trage ein Bestimmlichkeits-Tragmaschine. So. So, Lu? Stromdorf. Da, wo der Strom hergemacht wird. Mhm. Da haben sie einen Strom erfunden. Mhm. Jetzt Potschlager noch mal eins. Strom für die Welt. Killer-Ratte. Oh Mann. Ich hab's denn... Oder du? Oder sie auch nicht. Oder sie auch nicht. Nö, die Elfhausen. Ich hab Glorios daneben geschossen. Ja, ich denke... Oh. Hallo. Oh. 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 Ich hab' Besuch. Ah, seh' ich sie so schon am Krampeln. Hui. Der Pest. Das ist wegen der Pest. Das ist wegen der Pest. Welcher Pest? Ja. Paraden. Pest. Passt doch gut zusammen. Ah, ja. Oh. Warte mal. Wir machen mal zurück. Hoppala. Moment. Ja. Können wir gleich. Aber erstmal muss ich hier... Oh Gott. Oh Gott. Oh. Moment. So. Jetzt regnet's. Jetzt werde ich ganz nass in meiner Rüstung. Ich hab' grad deinen Rostschutz aufgetragen heute. Was ist mit der hier? Ich hör' dich schon irgendwann da rumquietschen. Haha. Genau. Komm wir schleichen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ähm. Ich laufe... Ja doch, der hat wahrscheinlich... Ja doch, der hat das Wort. Hans ne steht ganz lustig. Ja da wird das genug. Charly�ink. Ist das Donner oder ist es wieder...? Oh. ÄäSthi hårdi? Ja. Was ? Ist er hier drängt? Was hat denn denn..? Nö ¿Dié??? Wollte sterben? Guckt mal da her? Nö. Nö. Oh, nöö. Also kinetic hinterherion. Wohin lover tête toen questionnaire angels или сделать? receber которую... Na ja, mit sicherer. War du unter dem PC. jetzt hat nichts mit dem PC zu tun. Der läuft ja. Alles andere hat man das verlor. Das ist nur das eine Spiel. Kannst du mir vorstellen, dass es vielleicht am Spiel liegt? Beziehungsweise vielleicht an der inneren Verbindung oder sonst irgendwas? Nö. Ob du noch nie aus dem Spiel geflogen bist? Nö. Ich kann nichts machen. Nein! Wir hatten die Mission, weißt du, wahrscheinlich war es der Glückszug. Ja, jetzt ist es weg. Ich liebe Peer-to-Peer-Verbindungen, ohne Scheiß.